Es wird Zeit für eine neue Folge Filmnews und starten wir mit Jonathan Majors. Wie sicherlich viele von euch mitbekommen haben, wurde er diese Woche für schuldig befunden von einer Jury in seinem Gerichtsprozess in New York City. Und zwar in zwei von vier Anklagepunkten. Darunter befindet sich ein Körperverletzungsdelikt, genauso wie Belästigung im Frühjahr diesen Jahres gegenüber seiner damaligen Freundin bzw. Partnerin. Seine Anwältin hat bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Doch schon als damals die Gerüchte bzw. die Vorwürfe im Frühjahr bekannt wurden, zogen sich erst Werbepartner zurück. Von dem Schauspieler, der für Filme bekannt ist wie The Harder They Fall, The Five Bloods, Devotion, Creed 3. Aber vor allem für die meisten sicherlich als Kang bzw. jener, der bleibt im Marvel Cinematic Universe. Zu sehen war er bereits in Ant-Man 3, aber auch in Loki Staffel 1 und 2 in verschiedenen Varianten. Und so haben sich neben Werbepartnern dann auch irgendwann seine Schauspielagentur von ihm distanziert. Nur Disney blieb die ganze Zeit noch in einer Position, wo sie abwarten wollten, wie dieses Gerichtsverfahren verläuft. Vor allem mit Blick auf Avengers 5 und 6, vor allem weil Teil 5 ja auch den Zusatztitel The Kang Dynasty hatte, ist ganz klar, dass Kang der große Gegenspieler in den beiden größten Blockbuster-Filmen der aktuellen Marvel Cinematic Universe-Phase werden wird. Und dementsprechend war mit Vorsicht zu genießen, wie man damit umgehen wird. Vor allem stehen dabei zwei oder drei Optionen im Raum. Es gibt keinen Schuldspruch und man würde vielleicht mit Jonathan Majors weiterarbeiten. Man würde vielleicht seine Rolle umbesetzen. Das ist ja beispielsweise bei Hulk passiert, als nicht mehr Edward Norton, sondern Mark Ruffalo die Rolle spielt. Oder auch als Don Schiedel ins Marvel Cinematic Universe kam. Nur war Jonathan Majors schon deutlich etablierter. Oder man nimmt eine komplett andere Storyline. Und das letzte scheint jetzt wahrscheinlich zu sein. Denn Avengers 5, der im April 2026 in die Kinos kommen soll, und Avengers 6, der dann im Mai 2027 in die Kinos starten soll. Der fünfte Teil heißt nicht mehr The Kang Dynasty, sondern nur noch Avengers 5. Und bereits im November hatte man mit Michael Walden einen Autor engagiert, der am sechsten Avengers-Teil schreibt, in Loki mit involviert ist. Und anscheinend die Geschichte so umschreiben soll, dass man vielleicht nicht mehr unbedingt so auf Kang angewiesen ist. Da ist das heißeste Gerücht, dass man anscheinend auf Doctor Doom setzen möchte. Und dann Avengers 5 und 6 vielleicht zweiteilt rund um Doctor Doom als großen Gegenspieler. Was sich dann so ein bisschen wie Infinity War und Endgame anfühlt, die ja auch back-to-back zusammengehörten mit einem festen Gegenspieler. Also Jonathan Majors, nicht mehr Teil des Marvel Cinematic Universe, auch wenn Berufung eingelegt wird. Und bei Marvel fährt man dann also ganz andere Gefilde, was anscheinend Gegenspiele angeht. Was sagt ihr denn dazu? Und bleiben wir noch kurz bei Marvel, denn laut The Cosmic Circus haben die mal so ein wenig zusammengetragen. Was sind denn so die großen Ideen, die uns bei Marvel erwarten werden in den kommenden Jahren? Und da ist so einiges dabei, was teilweise in das große Bündnis vom MCU hineingehört. Aber auch andere Sachen, die sich anscheinend so ein bisschen davon emanzipieren können. Und ich dachte, hier macht es vielleicht mal Sinn, so ein bisschen drüber zu schauen. Ein großes Thema wird beispielsweise, was mit den technologischen Möglichkeiten alles machbar ist, die Tony Stark hinterlässt. Das wird unter anderem in The Iron Heart, aber auch in Armor Wars ein wichtiger Teil werden. Die Young Avengers wohnen zuletzt schon hinter oder am Ende von The Marvels angekündigt. Auch an denen wird fleißig weitergearbeitet. Es soll aber auch eine Storyline geben, in der Kingpin-Bürgermeister wird von New York City um das Gesetz erlässt, dass Superhelden nicht mehr maskiert herumlaufen dürfen, was wiederum eine Zuarbeit von Spider-Man 4 sein wird. Auch von Echo und von Daredevil Born Again auch nicht uninteressant an dieser Stelle. Wir wissen aber auch, dass mit Deadpool 3 unter anderem im nächsten Jahr dann endgültig die Mutanten eingeführt werden ins Marvel Cinematic Universe. Du hast aber auch mit Blade frisches Blut letztendlich auf neuen Faden Einzug erhält. Du sollst zusätzlich aber noch eine Idee in Einstieg finden, die ich ziemlich interessant finde, nämlich World War Hulk. Basierend auf der Idee, dass verschiedene Länder ihre eigenen Superhelden entwickeln, die dann den jeweiligen Regierungen unterstehen, versucht man an das Blut von Bruce Banner zu kommen oder beispielsweise auch an Jennifer Walters alias She-Hulk. Und als das gelingt, können anscheinend verschiedene Hulks aufeinander losgelassen werden. Hier dürfte unter anderem Captain America 4 einen Anhang machen, der jetzt einen mehrere Monate langen Reshoot erhält. Aber da soll Harrison Ford anscheinend sich eventuell in Red Hulk verwandeln. Kurzum, eine Menge verschiedener, teilweise auch für mich gar nicht so erwartbarer Ideen. Mal gucken, wie sich das dann im MCU insgesamt anfühlt. Da tut sich also neben der Neubesetzung oder dem Wegfallenlassen von Kang wirklich eine ganze Menge. Bleiben wir noch kurz bei den Superhelden und reden über Jason Momoa, der ja aktuell als Aquaman in Aquaman 2 das DC Extended Universe beendet. Die ersten Preview-Zahlen, was die Kino-Einspielergebnisse in den USA angeht, sehen nicht so praller aus. Am ersten Preview-Tag gab es 4,5 Millionen Dollar, halb so viel wie noch beim ersten Teil. Eine Prognose läuft vielleicht gerade einmal auf 40 Millionen Dollar rund ums Weihnachtswochenende. Auch in Deutschland bleibt man hinter den Prognosen zurück. Nun hat der Film nicht wirklich viel Mediabuzz bekommen. In Deutschland beispielsweise gab es nicht mal Presse-Screenings vorab, eigentlich ein Novum seitens Warner Brothers. Aber bleibt so ein bisschen die Frage im Raum, wie geht es denn da mit Jason Momoa eigentlich weiter? Immer wieder war ein Thema, dass er selbst vielleicht gerne Lobo spielen würde im kommenden DC Universe, das 2025 sein Kick-Off hat unter Peter Saffron und James Gunn mit Superman Legacy. Und Peter Saffron selbst hat jetzt in einem Interview mit The Independent gesprochen, dass er Momoa einfach richtig toll findet als Aquaman, dass er dieser Rolle eine ganz neue Definition gegeben hat, dass seine Reise mit Arthur Curry vor 10, 12 Jahren schon begann, weil er für diese Rolle sehr früh gecastet wurde, noch zu Zeiten, wo er als erste Linie für Game of Thrones bekannt war. Und dass er vor allem aber auch sagt, dass es bei DC und Warner Brothers immer ein Zuhause für Jason Momoa geben wird, auf die eine oder andere Art und Weise. Das könnte bedeuten, wenn Aquaman 2 einigermaßen noch gut laufen wird, dass vielleicht Aquaman ein Zuhause hat im kommenden DC Universe. Er vielleicht aber dann auch, also Jason Momoa Lobo spielen könnte, aber zumindest, wenn es nach Peter Saffron geht, und das ist nun mal einer der Hauptverantwortlichen für die kommenden Geschicke von DC in der Filmserien- und Spielewelt, wird Jason Momoa anscheinend ein Teil sein können beim kommenden DC Universe. Eine Herr-der-Ringe-Klage gegen Amazon geht gewaltig nach hinten los. Das hat sich Fantasy-Autor Dimitrios Polychron wohl anders vorgestellt. Am Ende muss er seine eigenen geschriebenen Fortsetzungen in elektronischer als auch physischer Form zerstören, darf sie ihn nicht mehr in Umlauf bringen und muss die Anwaltskosten in Höhe von 134.637 Dollar für die Gegenseite übernehmen. Aber was war passiert? Benannter Dimitrios Polychron hat im Jahr 2022 eine Fortsetzung zu der Welt von Herr der Ringe auf Basis von J.R.R. Talkins Vorgaben geschrieben, und zwar mit dem Buch The Fellowship of the King, The War of the Rings. Und auch dann fortlaufend hat er noch die Fortsetzung entwickelt und veröffentlicht The Two Trees und war dann ziemlich sauer, als er sehen musste, dass Amazon Studios mit der Serie Die Ringe der Macht angeblich Ideen aufgegriffen hat aus seinen Fortsetzungen und beschloss jetzt nun, Amazon zu verklagen und forderte Schadensersatz in Höhe von 250 Millionen Dollar. Relativ ambitioniert die Gegenseite und nicht bloß Amazon, sondern auch die Erben von Tolkien dachten sich, da gehen wir mal zum Gegenangriff über und machten ganz klar, dass dieser Autor sich im Grunde bereichert an Ideen und gar keine Rechte dazu hatte. Der hatte ursprünglich auch mal versucht, offizieller Autor zu werden und hatte bei der Familie Tolkien angefragt, um Geschichten weitererzählen zu dürfen, wurde dann aber abgewiesen und das Gericht sah das ganz ähnlich und hat festgestellt, dass es schon eine sehr unvernünftige Klage dieses Autoren sei und dass es auch frivol sei und vor allem, dass er sich bereichert an bereits bestehenden Figuren und einem Worldbuilding und dass das nicht rechtens ist. Somit muss er von seinen beiden Büchern jede Kopie, die noch vorhanden ist, vernichten, darf sie nicht mehr verkaufen und muss die Anwaltskosten der Gegenseite übernehmen. Tja, willst du 250 Millionen? Musst du weit über 100.000 zahlen. Doch anders ausgegangen, als er dachte. Es gibt wohl einen Nachschub für alle Peaky Blinders-Fans und das ist doch eine gute Nachricht. Während wir über den aktuellen Entwicklungsstand des eigenen finalen Kinofilms, entwickelt auch von Stephen Knight, nicht viel erfahren, soll es laut Bloomberg gleich zwei Serien geben, basierend auf der Hauptserie, die sich bei Netflix in Entwicklung befinden. Zum einen soll es ein Prequel sein und es sich um die Geschichte rund um Tante Molly handelt, die Materialchen des Shelby-Clans, die seit Anfang an Teil der Hauptserie ist. Und das andere soll wiederum ein Spin-off sein, das dekaden nach der Hauptserie in Boston angesiedelt ist und sich mit Jack Nelson, den Gangster-Boss, dort beschäftigt. Einen, den man aus der Hauptserie kennt, als ja immer sich weiter verhärtende Fronten und sicherlich auf deren Faden weitererzählt eine Geschichte. Also zwei Serien, die sich auf den Spuren von Birmingham und den Geschehnissen befinden, wo sich Fans hoffentlich darauf freuen dürfen. Netflix hat es offiziell noch nicht bestätigt, aber zwei Serien und einen Kinofilm, es geht also weiter. Und ich persönlich muss endlich mal sagen, weil ich doch Mafia-Serien und Filme so liebe, ich muss endlich Peaky Blinders schauen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe, ich habe vielleicht einfach nicht die Zeit gefunden, aber ich glaube, heute wäre ein guter Tag, um damit anzufangen. Weihnachten und Peaky Blinders, why not? Apropos Weihnachten, bei nicht wenigen von euch dürfte alljährlich Kevin allein zu Hause fester Bestandteil sein, wenn es darum geht zu fragen, was gucken wir ihn für einen Film oder vielleicht für eine Serie zu Weihnachten. Kevin allein zu Hause, ein absoluter Klassiker der 90er Jahre und auch heute immer noch richtig Kult. Und deswegen haben sich die New York Times und drei Ökonomen der Federal Reserve Bank zusammengetan, um mal zu ermitteln, wie reich sind denn eigentlich die McAllisters. Weil das Haus von den Eltern von Kevin, das ist schon ziemlich groß und die Familie ist groß und man leistet sich mal eben Paris-Urlaub zu Weihnachten, da kommt ja einiges an Kosten zusammen. Also haben die sich mal zusammengesetzt und überlegt, wie viel verdienen die eigentlich, weil in dem Film erfährt man ja gar nicht, was die beruflich machen. Also haben sie mal geschaut, die heutige Marktsituation und das Ganze auf 1990 auch zurückdatiert. Das Haus der McAllisters befindet sich in der Lincoln Avenue in Winnetka in Chicago, welche eine der wohlhabendsten Nachbarschaften in den USA überhaupt ist. Das heutige Haus hat einen Marktwert oder beziehungsweise auch 2022 datiert von 2,4 Millionen Dollar. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man für Hypotheken und für Steuern und alles, was man für diese Immobilie so berappen möchte oder muss, nicht mehr als 30 Prozent seines verfügbaren Einkommens ausgibt, kommt man ungefähr auf ein Jahreseinkommen von 665.000 Dollar, zumindest im Jahr 2022, das den McAllisters zur Verfügung steht. Datiert man das auf 1990 zurück, entspricht das ungefähr 305.000 Dollar und damit gehören die McAllister zum Top 1 Prozent der Bestverdiener in den USA. Also auch wenn wir nicht wissen, was sie beruflich machen, denen geht es finanziell ziemlich gut. Und beenden wir diese Folge Film News mit einigen Kurzinformationen. Bisher ist man davon ausgegangen, dass Jimin Honsu in Gladiator 2 zurückkehren wird, also ca. 24 Jahre nach dem Release des ersten Teils, weil seine Figur, das Juba, existiert ja nach wie vor. Nun hat er aber in einem Podcast-Interview selber gesagt, dass die Wahrheit ist, dass er nicht dabei sein wird, auch wenn er sich selbst es anders gewünscht hätte. John Cena postete dieser Tage kommentarlos das bekannte Bild von der Deadpool 3-Produktion, auf dem man Deadpool und Wolverine nebeneinander laufen oder zumindest stehen sieht. Und wenn John Cena das kommentarlos tut, dann kann man zumindest grübeln, was soll das denn bedeuten? Ist das Marketing in eine Richtung, wie Ryan Reynolds es selbst gerne hätte? Wird er vielleicht Teil des Films sein? Oder ist das einfach nur seine Art und sein Humor, den er gerne auch wiederum ab und zu transportiert, um ein paar Gerüchte zu streuen? Wir werden also erfahren, ob da was dran sein könnte, dass John Cena Teil von Deadpool 3 ist. Und zum Abschluss schauen wir kurz in die deutsche Filmlandschaft, denn Caroline Herford ist eine starke und erfolgreiche Schauspielerin, hat aber vor allem als Regisseurin mit Filmen wie Sweethearts, SMS für dich, einfach mal was Schönes oder wunderschön zuverlässig Filme auf die Leinwand gebracht, die über eine Million Zuschauer in die Kinos locken. Und damit ist sie eine absolute Erfolgsregisseurin und letztgenannter Film, bekommt jetzt eine Fortsetzung, die heißt dann Wunderschöner. Und damit ist es das erste Mal, dass sie ein Sequel selbst inszeniert von einem ihrer Filme. Und ganz ähnlich ist es auch bei der Vorname, der Nachname, denn auch dort wird es eine Fortsetzung geben mit der Spitznahme. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Filmnews. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.